Zurück bei Pillars of Eternity, White March. Wir müssen immer noch ein bisschen Informationen von Rennengild einholen. Ein paar Informationen hat sie uns ja noch nicht gegeben, deswegen würde ich gerne noch mal mit ihr reden. Hatte ihr Erfolg mit Durgans Batterie? Noch nicht, aber ich würde gerne mehr über Star Wars erfahren. Adir hat uns zurück in ihren kolonialen Tagen gefunden, um Orr zu dem Empire zu vermitteln. Wir sahen dann ein sehr wenig Traffic von beiden Seiten der White March. Damals gab es Regenverkehr von beiden Seiten der White March. Sie reibt an der verstümmelten Spitze ihres Ringfingers. Aber nachdem der Dürrwald sich für unabhängig erklärte, fand Trutzbucht billigere Orte, um Erz zu beschaffen. Es gab keinen Grund mehr, unsere Versorgungsstraßen aufrecht zu erhalten. Gehörte Star Wars dann nicht zum Dürrwald? Offiziell. Aber mit dem Staat, wo die Räder sind, würde man es nicht erwarten. Offiziell schon, aber am Zustand der Straßen ist es nicht zu erkennen. Und welche Orte sollte ich in der Stadt kennen? Hier in der Stadtmitte? Mal sehen. Die Grafenraste ist neben der Tür. Heferik kann dich mit einem Raum und einem Hohenbruch da. Hier in der Stadtmitte? Mal sehen. Die Gräfenraste ist nebenan. Bei Heferik findest du ein Zimmer und eine warme Mahlzeit. Die Fischerei ist nur auf dem Boden des Lages und das Tempel von Andra ist neben der Tür. Niemand hält sich ein Geheimnis wie Labda. Oder so bin ich gesagt. Die Fischerei liegt am Ufer des Sees. Direkt daneben findest du den Ondra-Tempel. Niemand kann besser Geheimnisse hüten als Labda, sagt man jedenfalls. Ein paar Leute leben in diesem Teil der Stadt auch. Es war viel safer, bevor die Ogre durch das westliche Gat. Es leben auch einige Leute in diesem Teil der Stadt. Bevor die Ogre das Westtor durchbrachen, war es hier recht sicher. Theersk lebt neben dem alten Minenschacht und Tana, die alte Aufseherin, wohnt neben mir. Sie zeigt mit dem Daumen auf die Wand. Und was genau ist deine Aufgabe hier rennen gilt? Ich bin die Bürgermeisterin. Jedenfalls erinnert man mich gerne daran, wenn einmal das Wild knapp ist, die Ogre angreifen oder zwei Nachbarn sich streiten. Von Berufs wegen bin ich aber im Baugewerbe. In jüngeren Jahren habe ich ganz Erg Landfahrt und den ganzen Dürrwald bereist. Am Ende bin ich aber doch wieder hier gelandet. Sie lächelt leicht, doch das Lächeln verschwindet so schnell, wie es gekommen ist. Kannst du mir denn etwas über die letzte Expedition sagen, die zu Dogans Batterie aufgebrochen ist? Sie haben nicht viel gesagt, und ich hielt es für besser, nichts zu fragen. Sie kratzt sich am Kinn und runzelt die Stirn. Ich habe hier alle Typen gesehen, die hier durchführen. Professionelle Unternehmen mit schweinenden neuen Equipment, so bravend, wie Sie bitte. Und hoffentliche Runden mit nichts, aber schweinenden Leitern. Ich habe hier schon alle möglichen Leute gesehen. Große Unternehmen mit glänzender neuer Ausrüstung, die glauben, ihnen gehöre die Welt. Und arme Schlucker mit nichts als ein paar Lederfetzen. Aber diese Leute, ich weiß nicht, was sie danach waren. Und die, wie sie dich nachschauften, machte dich so kalt. Aber diese Kerle, ich weiß nicht, worauf sie es abgesehen haben. Und wie sie dich angesehen haben, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Sie schüttelt den Kopf, als würde sie einen Albtraum abschütteln wollen. Ich wünsche, ich könnte dir mehr sagen. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht finden wir in der Batterie selbst noch mehr, ja? Er nickt dir mit einem vorsichtigen Blick zu. Was ist in Ihrer Meinung? Sie ist ein Luftschloss, ein Traum, der dafür geschehen ist. Er sorgt hat, dass die Leute länger hier ausgeharrt haben, als es jemals sinnvoll war. Er überblickt das alte Haus und die abgewetzten Möbel. Die Pargrundswerke haben den Dorgan Stahl erfunden. Das hat ihnen Macht und Reichtum beschwert. Und dann, eines Tages, haben sie ihre Türen verriegelt und sind gestorben. Er zuckt mit den Schultern und breitet die Hände aus. Nichts erregt die Leute mehr als ein Geheimnis. Fast ganz Stahlwort ist überzeugt, dass uns irgendein Geheimnis der Pargrund retten wird. Aber das hält sie nicht davon ab, ein Gebet zu murmeln, wenn sie an der alten Festung vorbeigehen. Er lächelt verbittert. Du hast gesagt, ich sollte Frieden mit der Matronin Berengan schließen? Das ist das Einzige, was die Leute hier noch nicht probiert haben. Wieder eine Matronin zu töten, wird nicht lange etwas ändern. Er schüttelt den Kopf. Außerdem gehört sie zum Clan Flammen, die flüstern. Unsere Angreifer aber stammten vom Clan Wolf mit vielen Mäulern. Ich würde sie überall erkennen. Sie sind aus demselben Holz geschnitzt, Uldrick. Es ist nur eine Frage der Zeit, ehe Berengran durch diese Lücke in unseren Mauern marschiert. Beim Klang von Rennengilds Stimme richten sich Uldricks Schultern auf. Er presst den Kiefer zusammen und verkneift sich eine wütende Antwort. Du scheinst in vielen Dingen nicht Rennengilds Meinung zu sein. Er zuckt mit den Schultern. Mutter ist überzeugt, dass eine magische Esse dieses gefrorene Land in ein Zentrum der Zivilisation verwandeln wird. Sie sieht einfach nicht ein, dass dieses Dorf stirbt. Das hier ist dein Zuhause? Du kannst nicht einfach aufgeben. Was denn aufgeben hier? Ich bin Schreiner, Mutter ist im Baugewerbe, daher bot sich das an. Nicht, dass es viele neue Häuser oder Möbel zu bauen gäbe. Die meiste Zeit bin ich damit beschäftigt, die Palisaden zu reparieren. Ja, ich vermute, hier liegt einiges an Familienswist begraben. Dem großen Loch hinter den Kiemen nachzuurteilen, wurde dieser Trophäenfisch wohl mit einer Pistole geschossen, nicht mit einem Haken oder einem Netz gefangen. Ja, wir haben die Informationen, die wir brauchen, um voranzukommen. Trotzdem haben wir noch ein ganzes Dorf, das wir erkunden müssen. Was mich natürlich auch interessieren würde, wäre, wie geht es denn der jungen Frau, die wir gerettet haben? Ich gehe einfach mal davon aus, dass es eine junge Frau gewesen ist. Kann auch eine alte Frau gewesen sein. Ich habe dich überall gesucht, Lucius. Teldor. Zumindest ist es nicht Goldtal. Der Mann schwitzt trotz der Kälte. Er öffnet seinen Mund, um zu sprechen, doch es dröhnt nur ein lautes, abgehacktes Husten daraus hervor. Er beugt sich nach vorne und stemmt die Hände auf die Oberschenkel, während er röschelt und würgt. Nach einer ganzen Weile hebt er einen Finger, immer noch nach Atem ringend. Alles. Hä, Ferex. Schuld. Der verdammte Narr hat mich geschickt. Zur anderen Seite der Stadt. Dich suchen. Endlich steht er wieder auf. Er wicht sich die tropfende Stirn mit dem Handrücken ab und reichte dann genau diese Hand zum Gruß. Äh, da schüttelt es mich gerade. Das ist ja... Das darfst du behalten. Er zieht seine Hand zurück und hustet wieder. Seine Wangen bekommen wieder etwas Farbe. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin der, äh, Hauptmann der Milizier. Wirklich? Ich habe dich während des Urge-Angriffs gar nicht gesehen. Weißt du, ich habe die Gräfenrast bewacht. Irgendjemand musste ja sicher gehen, dass die Ogre sie nicht niederbrennen. Wie Katys Haus. Das war schlimm. Er runzelt die Stirn und schüttelt mit ernster Miene den Kopf. Ich wollte dich erwischen, ehe du in die Wildnis verschwindest. Weißt du, es gibt ein paar gefährliche Kerle, vor denen du dich in Acht nehmen solltest. Und wenn du zu den Langgesichtfällen gehst, äh, zu den Langsichtfällen gehst, könntest du vielleicht für mich nach einer Thermalperle suchen. Er blickt verlegen fort und spielt mit dem Zeh seines Stiefels im Schnee. Ich soll eine Thermalperle für dich finden? Das ist es ja gerade. Ich habe sie schon gefunden. Es muss sie nur jemand holen. Ich habe sie in den heißen Quellen bei den Langsichtfällen gesehen. Ich hätte sie mir ja selbst geschnackt. Aber als ich mich umgesehen habe, habe ich die Lagophate gesehen. Bestimmt 50 waren es. Er breitet die Arme aus. Ich hätte ja gekämpft, aber ich fing an zu überlegen, was Stalwart wohl ohne mich machen würde. Also bin ich davon gerannt. Zum Bode des Dorfes natürlich. Er einschmal Spur hält. Was ist denn überhaupt eine Thermalperle? Sie bilden sich in den heißen Quellen. Hat wohl etwas mit den Mineralien im Wasser zu tun. Sie stinken ein wenig, aber sie sind voller Mineralien. Man muss sie nur in einem Humpen auflösen. Er grinst und du bemerkst, dass ein Zahnfleisch blutet. Wovon sprichst du? Ich versuche nur, meine Zahne möglichst lange zu behalten. Immer nur Fisch und Wild, das bekommt nicht jeden. Wie schon gesagt, die Perle liegt in einem der Thermalbecken bei den Langsichtfällen. Sie dürfte nicht schwer zu finden sein. Erzähl mir von diesen Langsichtfällen. Es liegt östlich von Starward. Ein wunderschöner Ausblick ins Tal, aber die meisten Leute meiden den Ort heutzutage. Es gibt jede Menge Wild in der Nähe. Und schon wenige Zentimeter Schnee reichen und der Pass lässt sich nicht mehr überqueren. Wenn du dorthin unterwegs bist, solltest du mit Tiersk sprechen. Vielleicht hat er etwas, was dir helfen kann, mit den Lagofet fertig zu werden. Sieh bei Tiersk vorbei, bevor du die Stadt verlässt. Sein Haus ist das neben den Minen. Er ist ein erfahrener Jäger und kennt die Wildnis besser als jeder andere. Du hast etwas über gefährliche Kerle in der Wildnis gesagt. Wir haben hier mehr als genug Verrückte. Und die meisten kommen nicht einmal aus dem Dorf. Er lacht über seinen eigenen Witz. Die neuesten Gruppen, von denen ich gehört habe, sind die Glanzgesellschaft und die Schwesternschaft des gelöschten Schädels. Aber Rennen gilt, hat ein Kopfgeld ausgesetzt, damit diese Störenfriede ausgeschaltet werden. Wenn du mir die Köpfe ihrer Anführer bringst, gebe ich dir die Belohnung. Was ist denn die Glanzgesellschaft? Eine verrückte Bande von Radikalen, die Regierungen stürzen und die Reichen töten will. Gegen die sieht der Widerstandskrieg aus wie ein Streit um Essen. Duk Ava und der Regent von Red Keras haben sie beide für illegal erklärt. Vermutlich das einzige, worin die zwei jemals einer Meinung waren. Oder Hette. Vor dem ganzen Wahnsinn und Mord in Trutzbucht. Er runzelt die Stirn und kratzt sich im Genick. Wie dem auch sei, geh du zu den Langsichtfällen im Osten. Dort wurden sie zuletzt gesehen. Und wer führt die Schwesternschaft des gelöschten Schädels an? Eine Frau namens Metzla. Alle Mitglieder der Schwesternschaft verehren Berat. Indem sie so viele Seelen zurück in das Rad schicken, wie sie nur können. Er schaudert. Sie schleichen um Durgans Batterie herum. Bael weiß warum. Aber du verstehst gewiss, dass niemand hier sonderlich erfreut darüber war. Sie sind kürzlich in der Stadt gewesen, aber nicht lange geblieben. Sie haben aber den Ondra-Tempel besucht. Vielleicht weiß Lafta etwas. Wenn du ihnen über den Weg läufst, sei vorsichtig. Sie sind unberechenbar. Na gut, ähm, lebt wohl. Reise zu den Langsichtfällen. Mein Gott, da haben wir schon einige in Aufträge bekommen hier. Rat der Sterne, ja gut, das da oben. Prüfungen von Durance. Ach, hier. Kopfgeld Metzla, die Glanzgesellschaft, die Thermalperle. Ja, und wir haben noch die Klinge der Endlosen. Töte Ulmer und nimm seinen Kopf an dich. Die Glanzgesellschaft. Ja, anscheinend... Kopfgeld Metzla, töte Metzla. Offenbar sind wir ja hier als Kopfgeldjäger sehr gefragt und als, ich sag mal, Feindetöter. Ja, Gräfenrast, da haben wir sie auch schon. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal ein bisschen im Dorf um. Wir haben ja einiges zu erkunden. Ähm, das Haus hier ist zwar niedergebrannt, aber wir werden die junge Frau wahrscheinlich irgendwo finden, ne? Die Langsichtfälle sind dahin. Und da ist Tursk Haus. Aber gehen wir erstmal... Rayfald, wer ist denn Rayfald? Ich dachte, du würdest hier raus in einem Flasch, nachdem die Kampf umgekehrt wurde. Mehrere Leute stecken nicht, nachdem sie herausfinden, dass die Ogre regelmäßige Besucher machen. Ich dachte, du würdest verschwinden, soweit der Kampf beendet ist. Die wenigsten Leute bleiben hier, wenn sie merken, dass die Ogre uns regelmäßige Besucher abstatten. Ich hätte ja geholfen, die Monster zu vertreiben, aber ich wäre doch nur im Weg gewesen. Und nachdem du hier warst, hat sich doch alles ganz prächtig ergeben, oder nicht? Ich weiß nicht, warum Heverick immer noch sauer auf mich ist. Was sagst du davon, Heverick? Oh, Heverick ist der Inhalter, oben in der Grave. Ach, Heverick ist der Wirt drüben in der Gräfenrast. Ich hab mich vielleicht im Wirtshaus versteckt, als die Kämpfer ausbrachen. Rayfald hustet. Der Überfall hat seine Laune nicht gebessert. Wusstest du, dass er eine ganze Kiste Fenlern-Schnaps hat? Ich will sie ihm schon lange abkaufen, aber er sagt, er hebt ihn für den Tag auf, an dem die Batterie wieder geöffnet wird. Als ob wir so lange dauern, wenn ich ihn nicht in Frieden lasse. Lass dich versteckt, während alle anderen ihr Leben riskiert haben. Das ist, äh, das ist, was Heverick gesagt hat, eigentlich. Schau, ich bin nicht stolz davon, aber ich bin kein Krieger. Was will ich tun? Ein Netz auf sie? Das, äh, genau das hat Heverick auch gesagt. Weißt du, ich bin nicht stolz drauf, aber ich bin kein Krieger. Was soll ich denn tun? Ein Netz auf sie werfen? Hmm, und jetzt zerbrichst du dir den Kopf wegen irgendeines Getränks? Es heißt, dass ein einziger Tropfen das Leben verändert. Man will nie wieder etwas anderes trinken. Das ist wahrscheinlich Unsinn, aber er soll sehr gut sein. Es ist delusional, was es ist. Punkt der Fakt, was du mit den Ogern und allem beschäftigst, vielleicht wäre du, äh, bereit, mich zu helfen. Als würde das hier passieren. Aber sag, wo du doch die Ogern vertrieben hast und all das, vielleicht, naja, äh, vielleicht bist du bereit, mir zu helfen? Erst die Stadt retten, dann Schnapps stehlen. Das nenn ich mal Fortschritt. Heverick legt alle die guten Stoffe in der Endseller. Aus der Zeit, du siehst. Ich meine, es ist bestimmt, es ist unter Lock und Key, aber ich bin sicher, dass er nicht ein einziges Bottle missen. Nicht mit allem, was passiert. Findet sich alles hinter Schloss und Riegel, aber eine einzige Flasche würde er sicher nicht vermissen. Nicht bei all der Aufregung. Ähm. Ähm. Ich überfalle doch nicht den Wirt für dich. Psst, all right, keep it down. I didn't mean anything by it. Aber wenn du etwas herkommst, dann vielleicht kannst du es mitlesen. Psst, schon gut, nicht so laut, das habe ich doch gar nicht gemeint. Aber wenn du zufällig etwas findest, können wir ja vielleicht teilen. Na super, Suche im Keller der Griffenrassen nach Fennlern, Schnaps. Was ist denn hier los mit den Leuten? Ähm, ähm, na. Ich bemerke allerdings gerade auch ein, ähm, naja, ich sage mal, eine Schwierigkeit. Ich habe das Gefühl, in den Add-ons haben sie sich mehr Mühe gegeben, die Gespräche zu vertonen. Auch solche Gespräche, die eigentlich relativ belanglos sind mit Leuten an der Straße, finde ich einerseits gut. Vertonte Gespräche sind immer sehr schön. Das Problem ist, dadurch, dass die auf Englisch sind, übersetze ich die ja quasi nochmal. Ich lese sie ja nochmal vor mit, äh, eigener Intonation. Ähm, das macht es natürlich ein bisschen problematisch, wenn die plötzlich, äh, sehr viel vertont haben und die Leute hier immer sehr, sehr viel reden und wir dann quasi immer den Text zweimal hören oder ich ihn nochmal vorlese. Jetzt ist die Frage, ob ich das irgendwie ausschalten kann. dass die Leute reden, aber dann redet halt keiner mehr. Das ist auch ein bisschen doof. Oder die Alternative wäre, wenn die Texte vertont sind, lese ich sie nicht mehr vor. Dann, aber das ist dann auch wieder ein bisschen, naja, das, ich überlege mir das bis zur nächsten Folge. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal hier in die Gräfenrast reingehen und uns dort drinnen umsehen, um hoffentlich ein paar mehr Informationen zu finden, darüber, was denn hier alles vorgefallen ist. Waffenschilde und Rüstungen mit den Eigenschaften gut, außergewöhnlich oder hervorragend verleihen Boni auf die Grund... Dankeschön. Ich wollte das lesen. So, die Gräfenrast sieht... Das ist wieder typisch Eder. Wenn niemand etwas dagegen hat, dann warte hier am Feuer, während ihr diese Sache mit der Batterie macht. Nein, Eder. Nein. Ich brauche dich. Es tut mir leid. So, äh, musste ich jetzt leider kurz... Schneiden, äh, es hat an der Tür geklingelt. Es ist furchtbar. Ich darf mittags oder, oder, ja, morgens mehr oder weniger nicht mehr aufnehmen. Dann klingelt es ständig an der Tür. Das ist furchtbar. Gut, äh, was wollte ich sagen? Ja, ich finde... Oh, Wiener, geh nach diesem Orlaner sehen. Sorge dafür, dass er nichts stiehlt. Oh, Heyfrig, scheint mir ein sehr sympathischer Zwerg zu sein. Wir sind eigentlich Kinder hier. Na gut. Ich wollte sagen, dass ich es sehr sympathisch finde, dass sie wirklich Barden hier hingestellt haben, die dann auch singen mit Text und das auch eben vertont haben. Also, so auf Anhieb wirkt es so, als hätte man sich mit dem Add-on hier sehr, sehr viel Mühe gegeben, das alles sehr liebevoll zu gestalten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, bevor wir aber jetzt irgendein großes Gespräch starten, was wahrscheinlich wieder zehn Stunden dauern wird, würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank für das Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei, wenn wir die Taverne hier erkunden. Und bis dahin verabschiede ich mich mit einem gewärmten Tschüss.